Hey Leute, heute geht es mal um ein Thema Ich-Schaffe-Zander. Wir waren auf einem Server und da hab ich die getroffen, ja. Erstmal ein paar Screenshots gemacht, ja. Zander-Schaffe-Finney hat er gebaut. Zander war auch da. Und, ja. Und, ja, ich wollte sagen, ich freu mich auf 30 Abonnenten. Da freu ich mich sehr drauf und ich hab jetzt nur mal ein paar Screenshots gesucht, die ich euch noch mal zeigen wollte. Äh, und ich wollte euch damit zeigen, dass ich auch schon mal mit berühmten YouTubern gespielt habe. Die ich auch in Skype habe und so, ja. Da würde ich gar nicht sagen, bitte gebt mir 30 Abos, ich würde mich freuen. Ciao Leute!